Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Herzlich willkommen zurück, herzlich willkommen Justin. Eine schöne Vorweihnachtszeit, hoffentlich habt ihr alle. Du auch Justin, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Erstmal moin Leute, so wie immer bin ich in Weihnachtsstimmung. Ich würde sagen, verhältnismäßig ja. Ja, weil ich halt irgendwie nicht dieses Gefühl habe, ich muss nach Weihnachten wieder in die Klinik oder zur Uni, weißt du? Ich habe das Gefühl, ich kann mich so das erste Mal seit sehr langer Zeit so richtig einfach jetzt den Feiertagen so ohne mit Lernen im Kopf oder so einfach hingeben. Und da, ja doch, ich würde sagen, so ein bisschen langsam komme ich rein, ja. Und du? Hattest du das in dem Period auch, dass du das nicht so hundertprozentig genießen konntest? Nee, aber da hatte ich halt einfach generell wegen des Jahres nicht so Bock auf Weihnachten. Ja, okay. Also da hat sich das aus anderen Gründen nicht so ergeben, sagen wir es nicht. Ja, verstehe. Ja, weil ich habe das, also ich komme schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Wir haben gerade, gerade habe ich angefangen, ein bisschen Plätzchen zu backen, beziehungsweise der Teig ist gerade im Kühlschrank. Gleich werden dann die Plätzchen dann zu Ende gebacken und die Vanillekipferl. Aber deswegen, ja, ich komme schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Ich finde das so, genau das, was du sagst. Man weiß, man muss danach nicht für eine Klausurenphase lernen. Weißt du, vorher war man immer so schon vorher im Stress. Da war so kurz mal ein, zwei Tage Pause. Genau. Und dann hat man so am zweiten Weihnachtsfeiertag hat man dann schon gedacht, boah, fuck, ich muss eigentlich schon mal irgendwie mal wieder lernen. Man macht eh nichts mehr so richtig, man kümmelt eh nur noch so ein bisschen rum. Eigentlich kann ich mal wieder. Das hat man jetzt zum Glück nicht. Und man kann sich ganz schön einfach darauf konzentrieren, die Zeit zu genießen. Ganz genau. Ich habe ja auch zum Glück auch schon eine Woche frei. Ja, das ist sehr angenehm und ich freue mich sehr für dich, Lukas. Das ist wirklich schön. Vielleicht heute mal nochmal zum Organisatorischen. Wir wollen euch ja alle mal abholen. Für die Leute, die jetzt, ich weiß nicht, ob ich anders klinge oder für die Leute, die es jetzt sehen bei YouTube, ich bin nicht zu Hause. Lukas kennt den dazugehörigen Fachterminus. Warte mal. Ja, ja, ja. Oh, jetzt. Warte mal. Mal einen Ortswechsel machen. Ja, mal einen Ortswechsel machen. Genau. Ich erzähle dir später auch um mich. Egal. Scheiß drauf. Also ja, heute mal aus einer anderen Perspektive, bevor wir dann hoffentlich, Lukas, bald mal endgültig Schottenduster machen können und uns gemeinsam wieder vor die Kamera setzen. Und dass das aus meinem Mund kommt, mich auch vor eine Kamera setzen, das muss schon was heißen. Aber apropos Kamera, Lukas. Wollte ich gerade sagen, apropos vor die Kamera setzen. Wir haben uns die letzten Tage auch vor die Kamera gesetzt. Was haben wir denn da gemacht, Justin? Wir haben uns nicht lumpen lassen. Und natürlich, ne, in letzter Zeit nach dem Abschluss des Studiums uns nochmal so ein bisschen an die Wurzeln erinnert, ne, so back to the roots und so, ne. Wir haben uns überlegt, ey, wir sind ja beide über den Hamnat ins Studium gekommen. Und da hat sich mittlerweile ja eine ganze Menge getan und da haben wir auch schon einige Podcast-Folgen dazu gemacht. Aber wie geil wäre es denn, wenn man den Leuten jetzt wirklich mal, wo ein bisschen mehr Zeit ist, zumindest von meiner Seite aus, mal ordentlich das Werkzeug an die Hand gibt, mit dem Hamnat ins Studium kommen zu können. Oder zumindest zu zeigen, wie, ich sag mal, mächtig oder wie groß die Chance mittlerweile über diesen Test einen Studienplatz zu bekommen wirklich ist, ne. Ja. Und, ja, Lukas, erzähl gerne weiter, was wir uns da überlegt haben und was ihr jetzt schon tun könnt. Ja, wenn ihr, ich sag mal, was ihr ganz einfach tun könnt, ist auf unsere Küchenmedizin-YouTube-Seite gehen, auf unseren YouTube-Channel und euch unsere achtteilige Videoreihe reinziehen. Ah, Lukas? Die wir zum Hamnat gemacht haben. Acht Teile, das musst du mir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also wir haben uns ja wirklich echt aufklamüsert, ne, von, also wie melde ich mich an, bis zu, was mache ich nach der Prüfung, beziehungsweise wann kommen meine Ergebnisse und, ne, wie ist das Ergebnis zusammengetan? Wir haben wirklich alles bis ins kleinste Detail, äh, jetzt fällt mir kein passendes Wort dazu ein, auf jeden Fall haben wir uns sehr detailliert damit auseinandergesetzt. Und da, ja, mal ein achtteiliges Videoreihe dazu gemacht, haben uns da, ja, ich sag mal, haben uns ein bisschen schwergetan beim Drehen, beziehungsweise ich hab mich ein bisschen schwergetan beim Drehen. Ich mich auch, wir sind ein bisschen eingerostet, sagen wir es mal so. Ein bisschen eingerostet vor der Kamera, aber ich glaube, die Videos sind trotzdem sehr gut geworden, also ich bin da, bin da sehr zufrieden mit und bin auch, also sehr stolz auf dich, Justin, wie du da den, den Schnitt gemacht hast und so, finde ich sehr toll, also, ist auch einfach sehenswert, auch wenn man den Hamnat nicht schreibt, kann man sich das auch einfach angucken, mal ein Like da lassen, ja, und vielleicht kennt man ja die eine oder andere Person, die den Hamnat schreiben möchte, kann man einfach mal weiterleiten, da freuen wir uns und die Person freut sich auch. Also an der Stelle mal wirklich nochmal kurz so auf Ernst, ne, wenn ihr wirklich überlegt, ins Studium, also, oder wenn ihr wirklich, ne, noch zur Schule geht oder möglicherweise gerade nicht wisst, wie ihr ins Studium gekommen seid, irgendwie eine Ablehnung bekommen, also eine Absage bekommen habt oder so, überlegt euch das wirklich mal da reinzuschauen, denn, äh, vorweg, ihr könnt ganz unabhängig vom Abischnitt auch darüber einen Platz bekommen. Also es ist mittlerweile wirklich, also wirklich, wirklich eine gute Chance, so. Also das mal dazu gesagt und wenn, wenn ihr uns unterstützen wollt, egal, ob ihr uns jetzt hört oder nicht, äh, ob ihr, ob euch das jetzt interessiert oder nicht, auch für die Leute, die schon Platz haben, wäre cool, wenn ihr einmal auf, auf den Kanal geht, die Videos durch, liked, das wird uns einfach was bringen. Support, was, was, was meinst du? Best Supportive Care? Best Supportive Care ist das, Best Supportive Care. Ja, ja, genau, ähm, genau, soll aber dazu auch reichen, äh, dann gibt's heute von mir ein Medi-Effekt und dann reden wir, äh, weil Lukas ja eingangs so schön erwähnt hatte, dass er jetzt frei hat, ähm, wie, äh, reden wir über das Chirurgieterzial, das Chirurgieterzial des Lukas Marien. Ja, richtig, und da habe ich ja auch eine Umfrage auf Instagram zugemacht, das heißt, da sind sehr viele Fragen von euch reingekommen, da werden wir auch so ein bisschen drüber fliegen und dann, naja, werde ich mal so ein bisschen mein Fazit ziehen oder auf eure Fragen, eingehen, ich glaube, Justin kann davon auch ein paar Fragen für sich dann so ein bisschen beantworten, weil es ja auch interessant ist, wie das einfach in den unterschiedlichen Kliniken ist. Ja, absolut. Ja, einfach anders, kann man gar nicht so pauschal beantworten, die meisten Fragen. Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist? Ja. Ich finde so, wie stehst du zu Polo-Shirts, so gefragt erstmal? Oh, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Also damals muss ich erstmal vorweg sagen, habe ich die immer gehasst, also ich mochte die gar nicht. Ja. So schlecht, muss ich ehrlich sagen. Da wollte ich nämlich drauf hinaus. Ich finde, das ist was ganz anderes, ob man das in der Klinik trägt, ich hatte auch ein Polo-Shirt an, in der Klinik fand ich es eigentlich ganz passend und ganz fresh habe ich mich gefühlt, besser als im Kasach. Und ja, das fand ich ganz nett, aber ich würde außerhalb, hätte ich nie Bock auf ein Polo-Shirt. Ich würde so draußen, würde ich nie ein Polo-Shirt tragen. Das ist die letzte Klamotte, die ich anziehen würde. Ja, genau, aber Lukas, wir sind immer einer Meinung, ne? Ja, wirklich. Das ist schon fast ein bisschen langweilig. Ja, fast schon ein bisschen langweilig. Dann müssen wir uns mal mehr beefen im Podcast, ne? Ja, müssen wir mal gucken, ob wir mal ein Thema finden, wo wir mal so richtig konträr zueinander sind. Aber ich glaube, das ist wirklich schwer zu finden, so ein Thema. Glaube ich auch. Ja, ne, da fällt mir, glaube ich, wirklich wenig ein. Lukas, hast du jetzt noch was Eingangs? Also du, wir können mit deinem Medifekt rein starten und dann gehen wir in die Chirurgie, wenn du möchtest. Ja, dann lass uns das doch so machen. Dann gibts jetzt mal Medifekt. 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 Gib mir die Medifekt. Medifekt. Gut, Lukas, du weißt ja, wie das ist, wenn ich so längere Autofahrten habe. Ja. Dann mache ich doch eine Sache immer ganz gerne. Oh, du, das kann ich dir sagen. Du hörst sehr gerne Podcasts. Ja, kannst du mir jetzt nur sagen, welchen Podcast ich gerne höre. Oh, das ist mordlust. Lukas, du kennst mich wie meine eigene Mutter. Ja, so. Und die Sache ist die folgende. Ich habe natürlich wieder auf meiner längeren Autofahrt zuletzt mordlos gehört. Den Podcast, so. Sehr empfehlenswert an der Stelle. Haben die eigentlich Gäste? Die haben eigentlich nie Gäste, nein. Okay, schade. Du könntest ja mal fragen, ob du da nicht so auf Medizinbasis, so rechtsmedizinmäßig so ein bisschen mitmachen könntest. Ich glaube, da holen sie sich dann doch lieber, also die sprechen, genau, die sprechen halt immer in ihrer Gespräche mit ExpertInnen und ich glaube, dazu gehört weder, also gehört weder du noch ich. Aber ja, nee, die haben keine jetzt, ich sag mal, direkten PartnerInnen, mit denen die jetzt dann irgendwie, ne, so eine Folge aufnehmen. Aber ich habe heute ein Medifact, auf den ich gekommen bin durch diese Folge. Und dafür möchte ich dir so ein kleines, ja, ich will jetzt nicht so ein Trauma hervorrufen, ne, aber erinnerst du dich noch an Physik und Biochemie? Das sogenannte Prisma. Weißt du noch, was dieses Prisma ist? Ja, nee, also, weiß jetzt nicht, worauf du hinaus möchtest. Ich kenne Prisma, aber... Aber da ging es um Licht. Ja, um die Lichtbrechung, meinst du? Genau, genau. Dass die elektromagnetischen Wellen quasi in ihre, also ins elektromagnetische Spektrum quasi aufgebrochen wird. Weil die Lichtbrechung ab in ein anderes Medium und von der Wellenlänge her bricht das Licht quasi anders, also abhängig von der Wellenlänge. Und dadurch teilt sich das quasi dann, sagen wir mal, in diese Regenbogenfarben eben auf. Lukas, du bist ein schlauer Kerl. Genau darum geht es heute so ein bisschen. Und ich sag dir, wieso ich mir diesen Medifact ausgewählt habe, gar nicht. Also, der Medifact an sich ist schon crazy oder der Fact, was da passiert, ist schon crazy, aber es war für mich das erste Mal, dass ich dachte, es war eigentlich insofern ganz cool, weil ich die Folge dadurch hören konnte und das verstanden. Die haben es auch ganz gut erklärt, so ist es jetzt nicht. Aber es war so das erste Mal, dass ich dachte, okay, diese Grund, also diese Grunddinge, die man dafür braucht, die haben wir sogar tatsächlich mal selbst gemacht. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ist einer dieser Momente sechs Jahre später, wo man sagt, okay, war es das jetzt wert, dieser Moment, um dafür vor sechs Jahren so gelitten zu haben? Nein, war es nicht. Aber ich glaube, das ist klar. Aber genau darum geht es jetzt. Hattest du kein Physik in der Schule? Doch, aber da haben wir ja das selbst nicht gemacht. Nee, also nicht selber gemacht, aber man hat das ja theoretisch auch durchgesprochen. Also, wir zumindest hatten es. Aber ich hatte ja Physik ja auch im Abi, ne? Ja, du hattest ja Physik auch im Abi, ne? Das hatte ich nicht. Ich hatte nur Biologie im Abi. Ja, das hatte ich nicht. Ja, siehst du mal, guck mal, so ergänzen wir uns gegenseitig. Perfekt. Ja, klasse. Nee, super. So, pass auf, aber jetzt ist es vor allem... Wir sind wieder Adam und Eva, ne? Wir sind wie Ying und Yang. Pech und Schwefel. Okay, komm, lass mich jetzt mal mit Medifact hier erklären. Also, ich werde euch jetzt natürlich den ganzen Fall nicht, ich werde euch den ganzen Fall jetzt natürlich nicht erklären können. Für die Leute, die nicht wissen, worum Mord los geht, am Ende werden letztendlich echte Fälle beschrieben. Und das ist es halt auch vom Ding her auch, ne? Und dieses Mal ging es darum, um Folgendes herauszufinden. Es ging darum, dass eine... Es kam zu einem Mord, beziehungsweise da wurde jemand umgebracht und im Wald abgelegt und verbrannt. So, mit Holz. Und jetzt war das bei der Gedanke nahe, dass es eine Person aus einem gewissen Personenkreis sein konnte, der bei einer Arti war, wo ein Lagerfeuer gemacht wurde. Und jetzt galt es herauszufinden, ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen der verbrannten Leiche und dem Lagerfeuer. Und was man gemacht hat, ist, man hat die sogenannte laserinduzierte Plasma-Spektroskopie benutzt. Klingt crazy. Und da kommt jetzt gleich diese Technik, um herauszufinden, dass das Holz, das zum Verbrennen der Leiche genutzt wurde, identisch mit dem Holz ist, was auch beim Lagerfeuer genutzt wurde. Okay. Und die Sache ist nämlich so, das funktioniert so, du beschießt, es ist völlig egal, was du nimmst, du kannst auch andere Materialien nehmen. Diese LIPS, nennt man sie kurz, laserinduzierte Plasma-Spektroskopie, wird letztendlich dazu genutzt, um das Material in seine Bestandteile, oder sozusagen um die Bestandteile eines Materials aufschlüsseln zu können. Da wird dieses Material mit einem Laser beschossen und dann verdampft ein kleiner Teil, es geht in so einen plasmaförmigen Zustand, so ein Lokal. Und in dem Moment, wo das dann wieder abkühlt, beziehungsweise die Atome in ihren Ausgangszustand zurückgehen, wird ja Licht gebrochen, also Licht freigesetzt. Und das kannst du mit diesem Prisma, das ist jetzt alles ein bisschen vereinfacht erklärt, aber vom Ding her mit dem Prisma in seine Bestandteile aufteilen. Okay. Und diese Bestandteile kannst du dann in ihrer Intensität und Wellenlänge sozusagen messen, ist ja klar, das hast du ja eben erklärt. Und daran kannst du dann ganz genau anhand der unterschiedlich starken Intensität die einzelnen Elemente dieses Materials erforschen. Ja. So, und jetzt war es so, dass bei diesem Holz, das nicht nur so war, dass das gesamte Ergebnis, was rauskam, wirklich identisch war und du die Kurven quasi hättest übereinander liegen können, was der endgültige Beweis war, war, dass in beiden Proben des Holzes, also das bei der Leiche und das beim Lagerfeuer, Titan beinhaltet haben, was eigentlich so nicht da drin logischerweise ist in Holz, dann aber wahrscheinlich von den Bäumen über das Grundwasser gezogen wird. Okay. Und dadurch, dass es genau eins zu eins der gleiche Titan geheilt in dem Holz war, konnte man mit 99,9 Prozent sagen, dass es sich um das gleiche Holz handelt und dass die Person, die diese Leiche verbrannt hat, sehr wahrscheinlich entweder auf der Party war oder für das Holz verantwortlich war oder in irgendeiner Art und Weise dieses Holz anwendet hat. Und darüber sind sie am Ende auf den Täter gekommen. Das ist ziemlich krass, aber das ist, also ich denke jetzt auch gerade, dass es ein bisschen auch, also man verwendet ja nicht zwangsläufig unbedingt das gleiche Holz immer, weißt du, oder? Oder ich weiß, ich habe jetzt noch nie so häufig ein Lagerfeuer gemacht, aber ich könnte mir auch forschen, dass man unterschiedliche Sorten Holz hat. Ich verstehe jetzt nicht genau, was du meinst. Wenn du jetzt auf so einer Party bist und du willst ein Lagerfeuer machen, klar, du kaufst dann da irgendwie Holz für oder du fällst das, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber man kann ja auch unterschiedliche Sorten Holz verwenden, weißt du, um ein Lagerfeuer zu machen. Ja, natürlich. Es hätte auch sein können, dass die quasi an zwei verschiedenen Orten das gekauft haben. Ist ja dann auch, ich sage mal, was heißt Zufall, aber... Aber, nee, dass das Holz an zwei verschiedenen Orten gekauft wurde, würde aus dem Grund wahrscheinlich nicht gehen, weil ja das Holz, was aus dem Baum genommen wird oder gemacht wird und verkauft wird, würde nicht an zwei unterschiedliche Standorte geliefert werden, weil diese Probenzusammensetzung so unique, sage ich mal, ist, dass man dadurch halt klar sagen konnte, das muss ein und dasselbe gewesen sein und das wird damit zusammenhängen. Am Ende ging es mir einfach nur darum, um nochmal zu sagen, dass diese Basic-Dinge, die man eigentlich sehr früh halt, wie du schon sagst, ja, für die Leute, die Physik in der Oberstufe hatten, schon in der Physik gelernt haben oder halt eben im Studium oder so, halt auch in ganz vielen anderen Bereichen tatsächlich, ja, genutzt werden, um, ja, auf Ergebnisse zu kommen. Total. Also das hat ja, es hat ja auch durchaus nicht nur Grundlagenwissenstechnischen Sinn, bestimmte Dinge zu lernen. Also ich meine, ob man das jetzt als Medizinerin und Mediziner, dass die Physik können muss, sei jetzt mal dahingestellt, aber es hat ja auf jeden Fall Sinn und einen Zweck. Ich muss jetzt auch so ein bisschen an die PCR denken. Ich meine, mir war auch damals klar, dass das Ding einen Zweck hat, so eine PCR, aber ich sage mal, so eine PCR ist ja wirklich entscheidend. Das ist ja wirklich ein crazy Verfahren, aber das hat man ja auch schon in der Oberstufe gelernt. So und hat sich dann auch vielleicht der eine oder andere gesagt, hey, ich habe jetzt keinen Bock, schon wieder PCR hier durchzukauen in der Uni. Aber es ist halt auch einfach ein arschwichtiges Tool. Ja, und ich meine, wie gesagt, ich habe das ja jetzt in den Grundzügen erklärt. Da sind natürlich in dem Ding noch Spiegel und so weiter verbaut und so, damit das alles ganz genau, ne. Und das wird ja halt auch, ich habe mich dann gefragt, so wenn man das irgendwie, diesen Laser losschießt, macht das nicht das Material kaputt und so. Aber das wird so materialspezifisch justiert, dieser Laser, dass es wirklich nur genau so warm wird, beziehungsweise so krass irgendwie strahlt oder reinballert, damit eben so gut wie nichts kaputt geht. Also das ist wirklich fast nichts. Ich finde es immer witzig, weißt du, wenn man selber so sagt, ey, ich studiere Medizin. Ja, dann heißt es so häufig so, oh wow, du musst ja so intelligent sein. Aber ich denke, diese Menschen, die auf sowas kommen, die sind intelligent. Ja, ja. Also nicht ich, nicht ich, der dann im, was weiß ich, sagen wir jetzt mal, ich werde Chirurg angenommen und ich stehe irgendwann im OP und sage einmal bum bum. Ja, wie das die Chirurgen und Chirurginnen so machen, einmal braun, so zum Abwaschen am Anfang, einmal braun. Mal Wasser. Bitte? Mal Wasser. Mal Wasser, ja. Ja, nee, das sind intelligente Leute, die auf sowas kommen. Ja, also wie gesagt. Vielen Dank für den Medifact, Justin. Ja, bitteschön, fand ich eigentlich ganz interessant und hat mich eigentlich wieder, also die gesamte Folge ging da generell darum, wie man mit Pflanzen teilweise, ja, so Verbrechen aufklären kann, ne? Ja. Und das sind natürlich absolute Einzelfälle, das darf man nie vergessen, aber das finde ich eigentlich fast noch das Krassere, ne? Weil man ja oft sagt, man kann irgendwie aus Pflanzensamen übevieh und hier und da und so, aber trägt halt nur in ganz, 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 ganz wenigen Fällen dazu bei, dann wirklich jemanden zu überführen. Ja. Aber gerade das ist ja das Krasse, finde ich, wenn du sozusagen nicht so etablierte Verfahren hast, aber in dem Moment drauf kommst, sagst du dann, Moment mal, können wir das nicht eigentlich machen? So, oder lass das mal probieren, so. Das finde ich so krass, diesen Geist, den die Menschen da haben, um, ja, Dinge rauszufinden, das ist schon sehr geil. Das stimmt, das ist schon echt sehr geil. Und ich stehe auch auf so Physik-Sachen, so ein bisschen, da stehe ich auch so ein bisschen drauf. Ja, ich dachte mal ein bisschen was anderes, ne? Ja, super. Ja, bei mir letzte Woche war es was Geschichtliches, bei dir jetzt was aus der Physik, so, das finde ich, das finde ich herrlich. Das ist auch das Tolle an diesen Medifacts. Und da sind wir dann, ja. Man kann einfach machen, was man will. Man kann sich thematisch einem Fachbereich bedienen, der denn einem gerade gefällt. Ja, und da sind wir dann auch wieder bei der Ergänzung, Lukas, ne? Auch da ergänzt uns so hinreichend, äh, hinreichlich, äh, hinreichend, ach, scheiß auf, ich kann nicht mehr reden, ich bin zu mir. Ja, ja, ein bisschen, ich bin auch ein bisschen platt. Ich bin ein bisschen platt von, ah, hast du dich gestern auch nicht abgeschossen, ne? Das Bild hab ich gesehen, mein Lieber. Ja, ne, abgeschossen hab ich mich nicht. Was sag denn deine Freundin zu dem Bild? Mit dem Knutschi-Knutschi mit Martin? Ich war ja nur Spaß. Ah, das ist doch alles okay, weiß die doch. Ja, weiß sie. Die weiß doch was. Hab ich ihr doch auch geschickt direkt. Ist ja auch nicht das erste Mal, ne? Nein, natürlich nicht. Ach, Mensch, du. Ja, Luki. Aber, äh, dann erzähl doch mal. Wie ist denn jetzt so dein Gefühl nach der Chirurgie, ne, nach der Chirurgie? Hm. Warst du jetzt froh, warst du jetzt irgendwie nicht so, in erster Linie bist du wahrscheinlich froh, ein bisschen in die Pause zu steppen, ne? Ja, also das ist es vor allem. Also, will ich, das ist jetzt gar nicht mal bezogen irgendwie auf Chirurgie oder so, aber ich bin froh, dass ich jetzt mal irgendwie zwei Wochen frei hab, weil die, die Zeit war dann doch schon echt. Ich war nicht lang so in der Chirurgie und ich hab ja schon durchaus sehr viel gearbeitet. Also, für diejenigen, die es nicht wissen, ich hatte so ein, bei uns an der Klinik gab es ein Stempelsystem und ich sag mal, wenn man halt Überstunden gemacht hat, also ist ja an sich sehr fair, ne, wenn man Überstunden gemacht hat und das hab ich eigentlich jeden Tag, dann kann man sich irgendwann Freizeitausgleich nehmen. Und da ist einfach sehr viel angefallen, dementsprechend konnte ich dann halt früher frei machen, plus ich hatte noch ein paar Fehltage, deswegen sind halt diese zweieinhalb Wochen dann hinterher zustande gekommen, die ich früher, früher quasi vor Tertialende schon aufhören konnte. Bedeutet aber halt auch im Umkehrschluss, dass ich die Wochen und Monate davor natürlich immer sehr lange da war, ne, also ich hab eigentlich jeden Tag mindestens eine halbe Überstunde gemacht, häufig auch sogar eine Stunde oder anderthalb, so, was halt auch an sich okay ist, aber dadurch wurde dann die Zeit halt natürlich auch recht anstrengend irgendwann. Und dementsprechend bin ich jetzt erstmal so vom Gefühl her ganz froh, dass ich auch gerade jetzt so vor Weihnachten so ein bisschen die Zeit hab dann, um sich um Geschenke zu kümmern, einfach ein bisschen zu chillen und dann auf ganz entspannter Basis dann zu meinen Eltern zu fahren und dann mit meinen Geschwistern nach Weihnachten zu feiern. Ja. Ja, das glaube ich sofort. Ja, das glaube ich sofort. Das dauert dann aber auch nur wieder drei, vier Tage, dann ist wieder gut, ne, aber. Ja, das traut es mir auch schon vor. Also für mich ist jetzt so vom Gefühl her ist so PJ-Gefühl durch, so, aber ist natürlich nicht. Ich hab noch ein Tertial. Aber ich hab sehr gute Berichte gelesen aus der Klinik in der nächsten, in der ich bin. Da kommt ja dann die Innere auf mich zu. Von daher bin ich da eigentlich ganz guter Dinge, dass das da entspannt wird. Und das wird auch so schnell gehen, weil du ja auch nicht die volle Zeit da bist, weil du ja die letzten 30 dann nimmst fürs Lernen. Also es ist nicht mehr, das ist so crazy, ne. Es geht ja halt dann auch jetzt schon wieder so schnell um. Ey, ich hab's durchgerechnet. Es ist bis Mitte März. Mitte März bin ich durch. Das ist ja gar nichts. Nein, das ist wirklich nichts mehr. Und jetzt Anfang des Jahres, Anfang kommendes Jahres, werde ich irgendwann auch mein Prüfungsfach bekommen. Irgendwann, also beziehungsweise im Laufe des Jahres werde ich dann irgendwann mein Prüfungsfach bekommen. Ich schätze mal so Februar rum oder was. Vielleicht auch März, keine Ahnung. Das wird wild. Ja, es geht jetzt echt super schnell. Ist doch spannend. Dann bist du auch bald durch. Ja, also übers Fazit muss ich sagen, jetzt so Chirurgie, ich hab mir da viel Gedanken gemacht. Irgendwie, ich komm nicht so richtig. Ich komm nicht, also es fällt mir schwer, da jetzt irgendwie so ein konkretes Fazit rauszuziehen, ob positiv, ob negativ. Ich hatte ja so, ich sag mal, gewisse Rotationen in der Klinik und manche waren gut, manche waren nicht so gut. Und ich glaube, mein Gefühl und das Narrativ dieses Pj-Tetzials würde anders ausfallen, wenn die Rotationen anders gewesen wären. Verstehst du, was ich meine? Das Narrativ. Das ist aus deinem Mund, dass der Begriff das Narrativ kommt, finde ich. Ja, ja, das Narrativ wäre ein anderes. Nein, also wenn jetzt die erste Rotation beispielsweise die letzte gewesen wäre, dann hätte ich ein viel positiveres Gefühl wahrscheinlich, weil da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich mochte das Team sehr gerne. Heißt nicht, dass ich mich in der letzten Rotation menschlich nicht wohl gefühlt habe. Ich weiß, was du meinst. Aber da waren so, also, ja, es gab auch, ich sag mal ganz ehrlich, es gab halt auch Probleme, sagen wir mal so, in der Klinik. Es gab auch Verbesserungspotenzial, gerade was, einfach was Studierenden gegenüber angeht, so was die Lehre angeht. Nicht was die Menschlichkeit, ich hab mich da wohl, hab mich gut aufgehoben gefühlt. Und auch, hatte jetzt menschlich eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber ich sag mal, es gab Verbesserungspotenzial in der Lehre. Das kann man halt so vielleicht festhalten. Und das war am Anfang vielleicht ein bisschen besser, als dann einfach später, im späteren Teil. Deswegen hat sich daraus so meine Einstellung wahrscheinlich ein bisschen, einfach ein bisschen dann geändert. Beziehungsweise, wenn ich jetzt davon erzähle, muss ich halt aufpassen, dass ich das nicht irgendwie zu negativ bewerte. Oder auch für mich selbst, wenn ich darüber nachdenke, dass ich da keine falschen Schlüsse irgendwie draus ziehe. Weil es einfach, gab einfach Unterschiede. Aber das, was halt in Erinnerung bleibt, ist das Letzte, was man jetzt eben so mitgemacht hat. Ja, das ist doch so eine schöne Einleitung. Muss man differenziert betrachten. Das muss man differenziert betrachten. Nicht alle Menschen sind gleich schlecht, nein. Aber Lukas, dann lass uns doch mal direkt in die Fragen reinsleihen, die ihr uns gestellt habt. Und zwar habe ich hier einen, die ich gar nicht schlecht finde. Und zwar direkt zum Anfang, weil du ja meintest nur, wir waren ja eben hier mal einmal braun und so und so. Welche Vorurteile gibt es denn jetzt, die du im Nachhinein sagen würdest, nach deiner Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, jo, die stimmen auch und welche stimmen vielleicht nicht? Also ich sage mal, ein Vorurteil, das ist ja kein richtiges Vorurteil, aber dass es eher sehr männerdominant ist, das stimmt. Also es waren schon hauptsächlich Chirurgen und eher weniger Chirurginnen, wobei auch da, muss man auch sagen, gerade von den Assistenzärzten, es gab da auch schon ein paar, wo man sagt, wo man merkt so ein bisschen, okay, da findet auch so ein bisschen ein Wandel statt in der Hinsicht. Und dass auch mehr weibliche Chirurgen, weil dem Chirurginnen einfach den Einstieg auch, ich war ja vor allem sehr viel in der Orthopädie-Unfallchirurgie, war auch eine Frage, meine ich. Aber dass auch einfach weibliches Personal halt da ist. Also da gibt es einen Wandel, was ja durchaus dann vielleicht auch ganz positiv ist. Aber was gibt es so für Vorurteile? Also man muss ja sagen, es ist einfach platt teilweise. Also man muss es schon mögen. Ich hatte in der Pädiatrie, hatte ich mit einem Arzt gesprochen, der auch überlegt hatte, Orthopädie-Unfall zu machen. Und der sagte zu mir, und das passt voll, es ist halt ein bisschen wie Kneipe. Ja, so wie man halt miteinander spricht, so wie der Ton ist. Der Tonfall ist manchmal vielleicht auch ein bisschen rauer und die Witze sind teilweise unter der Gürtellinie, beziehungsweise man muss es halt vielleicht ein bisschen einordnen können. Hier und da an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen too much, sage ich dir ganz ehrlich. Also es gab auch wirklich Dinge, wo ich sage, das ist jetzt ein bisschen, ja, es ist schon sexistisch. Ich persönlich habe natürlich, also als Mann hast du dann, da habe ich jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Habe aber durchaus auch von Studentinnen gehört, dass sie den einen oder anderen Kommentar wirklich ein bisschen übergriffig fanden. Aber da kann ich nichts zu sagen beispielsweise. Da habe ich wirklich gar keine Erfahrungen mitgemacht. Aber der Ton ist schon rough und ja, da wird halt nicht Hammer gesagt, sondern bumm, bumm. Ja, da wird auch auf das, wenn da eine Hüft-Tab oder eine Knie-Tab gemacht wird, da wird halt ordentlich drauf rumgeprügelt. Ja, das ist keine zarte Chirurgie, sondern das ist grobes Handwerk. Das ist nicht nur ein Klischee, das stimmt. Aber da kannst du ja auch drauf eingehen. Also du hast ja auch ein bisschen was in der Chirurgie miterlebt. Welche Vorurteile stimmen? Würde ich auch sagen. Ja, geht auf welche nicht stimmen. Also das auch. Ich würde sagen, gerade was du auch sagst, der Umgang, also der Ton, der da herrscht, der ist, und das sage ich wirklich gar nicht nur, also gar nicht unbedingt negativ. Der ist relativ, ja, strikt, stringent nach vorne. Nicht einschläfern, was ich sehr gut finde. Ich persönlich mag das. Also ich fand es witzig, ich habe so viel gelacht, muss ich sagen. Ich hatte Spaß, hatte ich da, ich hatte im OP, das hat richtig Bock gemacht. Ich fand es richtig lustig. Genau das. Was man sich unterhalten hat, das war cool. Ja, es hat Bock. Also ich mag das, das klang vielleicht zu negativ. Ich meine, du hast ja auch jahrelang, hast du in der Kabine gesessen beim Handball, ich habe jahrelang beim Fußball in der Kabine gesessen, ich habe drei Brüder. Da ist der Ton auch manchmal so ein bisschen, fällt man ein bisschen anders aus und da fühlt man sich so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt. Ich sage mal, bei einem Vater, der Unfallchirurg war, bin ich auch so aufgewachsen. Also mir wurde von Anfang an der ein oder andere Spruch gedrückt. Also daran habe ich mich relativ schnell geholt und deshalb habe ich mich da relativ heimisch gefühlt, was das angeht. Nein, aber was ich tatsächlich finde, was nicht stimmt und was mich teilweise doch mehr verwundert hat, ist, also das klingt so dumm, dass es mich verwundert hat, aber ich finde, man hört sehr schnell so von InternistInnen, dass ChirurgInnen sozusagen ja überhaupt gar keine Medizin können, in dem Sinne, in Anführungsstrichen. Und ich muss sagen, das stimmt natürlich für einige, natürlich, dass die da nicht so, ich sage mal, up to date sind und habe ich auch gesehen. Aber es gab dann doch auch immer mal wieder Dinge, bei der ich sehr erstaunt war, wie doch, gerade zumindest im Krankenhaus, ich glaube in der Praxis, das müsste man nochmal differenzieren in dem Sinne, ich glaube in der Praxis sieht das ein bisschen anders aus, aber im Krankenhaus doch schon sich sehr um so den Allgemeinzustand des Patienten dann auch irgendwie gekümmert wurde, weil du halt eben in der Chirurgie doch sowas wie Mibi ist gar nicht unwichtig, was so Antibiose angeht. Klar, wird oft erst mal unerzieht gegeben und dann probiert man es dann immer mit Peptaz, aber man muss halt manchmal mal ein bisschen weitergucken. Oder was mir auch aufgefallen ist, gerade in der Gefäßchirurgie, wenn du dann in Richtung PAVK gehst oder so, das sind natürlich alles auch Erkrankungen, die sozusagen in das Spektrum des metabolischen Symptoms irgendwie mit reinkommen noch. Und da würde ich sagen, war ich eigentlich erstaunt, dass da manchmal auch vielleicht auch so eine Art Wande jetzt stattfindet, gerade bei den jüngeren KollegInnen noch, vielleicht stumpfen wir irgendwann auch ab, aber da wurde auch schon noch so ein bisschen interdisziplinär gedacht. Ja, kann ich bestätigen. Kann ich bestätigen. Und auch eine Sache, die ich finde, auch nicht so stimmt oder vielleicht auch einfach ein Wandel stattfindet, ist, also es wird ja häufig gesagt, es gibt so eine extreme Ellenbogengesellschaft in der Chirurgie, dass man um die OPs kämpft und dass man, ja, ich sag mal, sich so ein bisschen gegenseitig ausstechen möchte, auch in der Assistenzarztzeit. Und da habe ich auch mit, also ich konnte mit den allen locker offen sprechen, so und das waren alles entspannte junge Leute. Muss man auch sagen, die sind ja auch größtenteils in meinem Alter. Das stimmt. Ich habe ja auch jemanden nochmal aus Magdeburg kennengelernt, der, also ich mag den richtig gerne, mit dem hatte ich mich auch mal zusammengesetzt und gequatscht. Und er hat gesagt, das kennt er so eigentlich nicht. So, das hat er nicht, hat er so nie wahrgenommen in der Chirurgie. Klar gibt es immer mal den einen oder anderen, bis ein Ellenbogen ausfährt, aber das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Da war jetzt kein Konkurrenzkampf, was die OPs angeht. Da wurde sehr gut das Ganze aufgeteilt, wer wann mit in den OP darf. Und da wurde auch nichts dann hin und her geschoben. Das haben auch alle so akzeptiert. Und es sind auch alle sehr viele in den OP gekommen. Und deswegen, dass es da irgendwie so eine unangenehme Stimmung unter den Assistenzärztinnen und Ärzten war, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil, sehr supportive gewesen. Hast du in irgendeiner Art und Weise das Gefühl gehabt, also ich gehe mal als nächste Frage weiter, weil dazu ein, zwei, drei Fragen kamen, nicht nur Haken gehalten zu haben, sondern auch richtig aktiv was gelernt zu haben in dem Tertial? Ja, das ist jetzt halt so ein bisschen, wo, ja, ein bisschen schwierig. Also es gibt Dinge, die habe ich mir vorher überlegt, wo ich ein bisschen Respekt vorhatte, wo ich dachte, das kann ich nicht. Hatte aber natürlich trotzdem gehofft, dass ich es nach dem Tertial kann. Und das kann ich gleich gerne sagen, welche Dinge ich damit meine. Das ist sowas wie halt Nähen, so die Basic-chirurgischen Sachen. Nähen, Wundbeurteilung, Verwandtswechsel, dass ich sowas halt dann einfach kann, dass ich wickeln kann, dass ich, wie gesagt, einfach noch eine Wunde beurteilen kann, auch einfach sprachlich beurteilen kann. Da ist ja nicht nur, naja, Wunde sieht gut aus, so, oder Wunde sieht schlecht aus, sondern wirklich darüber reden kann, wie, warum, was jetzt an der Wunde genau schlecht aussieht. Und ja, das habe ich, das habe ich, muss ich sagen, nicht so wirklich, nicht so wirklich gelernt. Also würde ich jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das kann. Also eigentlich keins dieser Themen. Und das, das, das finde ich ein bisschen, ein bisschen schade. Das hätte ich gerne gelernt. Was war jetzt nochmal genau die Frage? Ich labere jetzt gerade so ein bisschen. Nö, ist schon genau die Frage gewesen, ob du auch was gelernt hast oder nur Haken gehalten hast quasi. Naja, also ich habe jetzt nicht, also ich habe viele Haken gehalten. Erst mal, ich finde, also man muss sich keine Angst haben vor dem Chirurgietertial. Ich hatte das Gefühl, dass viele der Fragen irgendwie, und die Frage, finde ich, zielt auch so ein bisschen darauf ab oder klingt für mich so ein bisschen so, man wird in der Chirurgie nur ausgenutzt, hält Haken, man darf nichts sagen und, ne, wenn man irgendwie was sagt, wird man aus dem OP geschmissen. Das war überhaupt nicht so, ne, also man kann nicht, das ist eine, das ist eine gute Zeit gewesen. Ja, da hat Bock gemacht und da kann man sich, da braucht man sich auch vorher nicht, da braucht man nicht Schiss vorhaben. Also ich hatte am Anfang auch ein bisschen Respekt vor der Chirurgie, weil ich dachte, boah, was ist, wenn ich das nicht kann und so. Das ist, also man kann eine gute Zeit haben und eine entspannte Zeit haben, aber auch keine Angst vor dem Chirurgietertial haben. Ich habe viele Haken gehalten, aber ich habe auch viele, also häufig nicht im OP gestanden und nicht Haken gehalten. Es kommt immer voll darauf an, mit wem man im OP steht auch, ne. Also das ist ein Riesenunterschied. Deswegen kann man das, finde ich, schwierig pauschal sagen. Also es gab OPs, da stand ich und habe den Haken gehalten und habe sonst nichts gemacht und habe auch vom OP-Gebiet nichts gesehen. Die gab es leider. Da sage ich aber auch, das gehört auch dazu, so. Ich will jetzt nicht so altkonservativ klingen, sondern, naja, es braucht, es musste halt jemand stehen und den Haken halten. So, ich habe das schon gesehen, dass meine Aufgabe da einfach wichtig ist. Die brauchen da jemanden. Da kannst du jeden hinstellen, so. Aber wenn man das als Pjötler, kann man das ja super machen. So, ist ja auch völlig fein und man lernt ja auch passiv dann dadurch Dinge. Ja, ja, auf jeden Fall. Verhalten im OP, ne, man hat sich hunderttausendmal eingewaschen. Man weiß, ne, man weiß genau, wie man, also mir zumindest geht es jetzt mittlerweile so, dass sich die Hemmungen vor dem OP extrem abgebaut haben. Das nimmt man ja auch erst im Nachhinein wahr, dass man sowas dann halt gelernt hat. Auf jeden Fall. Das bringt einen auf jeden Fall weiter. Aber klar gibt es OPs, wo man Haken hält, aber es gibt auch OPs, wo man ein bisschen was mithelfen darf oder wo man halt auch mal den Sauge halten darf. Gut, das darf man schon viel, das ein bisschen wegsaugen, das macht man schon viel. Aber es gab auch eine OP, wo ich mal bohren durfte. Aber ja. Ich würde da gerne nochmal so ein bisschen ans Hakenhalten einsteigen, weil ich weiß nicht, also man, es ist ja wie du sagst, man muss so das Hakenhalten selbst nochmal, finde ich, so ein bisschen unterteilen. Weil ich finde, Hakenhalten wird dann wirklich blöd, wenn du nichts siehst, plus, und jetzt kommt das Plus, du halt auch gleichzeitig noch angeschnauzt wirst, wie du den Haken hältst. Oder wenn du irgendwie, ne, wenn er minimal mal verrutscht und das bei einer 5-Stunden-Operation, wo du wirklich schwere Sachen halten musst oder es wirklich sauer anstrengend ist, passiert es zwangsläufig mal, dass du mal ganz kurz, auch wenn es nur eine Sekunde oder zwei ist, nicht optimal hältst oder so. Und ich finde, dann wird es schlimm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, also ich habe viele OPs auch gemacht, wo ich einfach gehalten habe, und da durfte ich zwar am Ende meistens auch nähen, aber selbst wenn ich es nicht durfte, haben mir die Operation Spaß gemacht, weil, und das ist halt auch eine Sache, wie du meintest mit dem Passivlernen, je, also je häufiger du die gleichen Dinge assistierst, desto mehr nimmst du das, finde ich, später auch nicht mehr so wahr, als wäre jetzt alles ganz schlimm und angespannt, sondern du kennst die Schritte, du kannst mitmachen und das ist dann eher so ein Miteinander wirklich arbeiten, als ein, ich stehe nur dumm daneben und halte den Haken, so. Und deswegen, wie gesagt, ich finde, übers Haken halt selbst, glaube ich, kann man sich nicht beschweren, außer halt unter gewissen Voraussetzungen, wenn du halt wirklich, ne, wenn Eiskacke ist. Aber jetzt gerade unter der Voraussetzung, dass man mit den OperateurInnen gut klarkommt, und das war ja bei dir eigentlich, so wie ich das rausgehört habe in den letzten Folgen, ja auch so, es ist ja dann auch eine entspannende Atmosphäre und dann ist es auch okay. Also mich hat es dann einfach nicht gestört, so. Ich persönlich war immer, lieber im OP als nicht, auch wenn ich nur Haken gehalten habe, in Anführungszeichen. Das hat mir immer mehr Spaß gemacht und das hat mir auch, ja, im Verhalten im OP halt viel gemacht. Also hast du voll recht, hattest du mal Situationen, wo du dann sagst, da wurde es dann irgendwie angeschnauzt, weil das ist bei mir klar, das ist vorgekommen, aber sehr, sehr selten. Und jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht richtig angeschnauzt, sondern halt so ein bisschen in einem ruppigen Ton, der vielleicht auch, das lernt man ja auch mit der Zeit, auch gar nicht so gemeint ist. Das ist nicht böse, das ist nicht persönlich gemeint. So, das ist dann einfach so dieser roughe Ton vielleicht, der manchmal so im OP ist, der aber nichts gegen einen persönlich ist. Es gibt ja dann auch immer nochmal so diese Sache, also erstmal, ich hatte das selten. Ich glaube, ich hatte eine Situation, wo ich da so ein bisschen, aber das war nicht im OP. Aber ich glaube, was man halt immer wieder vergisst, und das muss man sich dann doch erstmal wieder nochmal vor Augen halten, in dem Moment, wo da ein Mensch in der allgemeinen Anästhesie liegt und operiert wird, haben vor allem die AnästhesistInnen und die ChirurgInnen oder der erste Operateur in der Situation die Verantwortung für dieses Menschenleben. Und damit meine ich jetzt nicht immer unbedingt nur Leben oder Tod, sondern Lebensqualität, gerade in der Unfallchirurgie, das ist schon ein gewisser Druck, den du hast und eine Verantwortung, die wir, also ich rede jetzt von Studierenden insgesamt, ja nicht haben und in dem Moment auch gar nicht wahrnehmen können. Und ich glaube, wenn du dann mal jemand, also die arbeiten ja mit Leuten zusammen, in dem Fall uns, und wissen erstmal, vielleicht auch in den ersten Wochen gar nicht, wer ist das? Ist das jemand, auf den ich mich, ich sag mal in Anführungsstrichen, immer verlassen kann, wenn ich dem sage, was ich, oder wenn ich, also wenn ich ihm was sage, ne, und macht er das dann auch? Oder ist das eben nicht so? Und ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, auch von der anderen Seite mal betrachtet, da dann halt nicht angespannt zu sein. Und dann kommt, glaube ich, mal in einer Situation, die vielleicht mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, brenzlig ist. Mir fällt da jetzt gerade im orthopädischen, ähm, im orthopädischen OP jetzt vielleicht mal gerade ein, irgendwie, wenn man den Schaft einbringt und zementiert wird. So, das Ding muss halt sitzen. Das Ding muss, wenn da der Zement trocknet, darf nicht bewegt werden, so. Und wenn du da Scheiße baust und das passiert, also, dass man, ich sag mal, da reicht ja, wenn du mal nur ganz kurz nicht hinguckst und du knickst halt nur ein paar, also, leicht ab oder so, ist halt kacke. So, darf halt nicht passieren. Oder kann ja auch sein, du hältst den Haken und hebelst dabei aus Versehen so ein bisschen die, 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 den Schaft oder die Prothese halt sozusagen, ähm, ne, und das, wenn dir das dann halt auffällt oder dem Operateur auffällt, ja klar, ne, also, ich glaube, das ist halt einfach auch einfach, wie du sagst, der, der angespannten Situation manchmal geschuldet. Und da muss man einfach gucken, dass man sich davon differenziert, so, und dass man das einschätzen kann. Und dann ist es auch alles okay. Ich glaube, wenn dann halt auch mal was nicht so richtig passt, das ist natürlich extrem dann OperateurInnen abhängig, wie man darauf, oder wie darauf reagiert wird und wie das die Stimmung im OP beeinflusst. Habe ich, habe ich auch beides erlebt, aber ich hatte auch beispielsweise jemanden, aber das, das ist einfach, das bringt einfach diese extreme Erfahrung mit sich und dieses Wissen von, ich kann diese Situation handeln. Ich glaube, das ist ein Rieseneinfluss, dass, dass mal was richtig schiefgegangen ist und ich habe das gar nicht so richtig erst realisiert. So, als erst, als mir das dann erklärt wurde, so, ey, ne, hier passiert, also, ist gerade eigentlich der Worst Case gerade eingetreten. So, also, ich habe es schon gecheckt so relativ schnell, aber so in dem ersten Moment jetzt halt nicht. Aber die Stimmung war trotzdem mega gut, ja, weil es dann hieß, ja, gut, die Kacke ist jetzt passiert. Uns war klar, dass das Risiko sehr hoch ist, dass es passiert, aber wir haben jetzt keinen Bock, dass jetzt die Stimmung deswegen scheiße ist. So, das bringt uns auch nichts. Es ist jetzt passiert, wie es ist. Da gehört sehr viel zu, aber ich glaube, da gehört halt auch sehr viel Erfahrung zu und sehr viel, ja, einfach Sicherheit, dass man so gut wie jede Situation einfach handeln kann. Ja. Deswegen, also, das ist von vielen Faktoren abhängig, aber ich gebe dir in dem, was du gesagt hast, gebe ich dir total recht. Also, klar, da sind ja auch, stehen ja auch sehr viele Studierende, also, ich meine, das ist der gleiche Grund, weswegen jetzt, sag mal, vom Pflegepersonal aus dem OP erstmal gesagt wird, halt, stopp, steriler Bereich, bitte drei Meter Abstand. Irgendwann, sobald man Oberarzt oder Oberärztin ist, ist Sterilität kleiner geschrieben, sagen wir es mal so. Das geht schon manchmal. Genauso wie Strahlenschutz. Ja, den gibt es gar nicht mehr. Den gibt es nicht mehr, das ist eigentlich irgendwie irrelevant. Ab einem gewissen Rang, in Anführungsstrichen, gibt es den einfach nicht mehr. Ja, ist wirklich so. Ja, genau, aber ich sage mal so, ja, was will ich jetzt sagen, ja, was dann halt schwierig wird, ist, wenn man dann in der letzten Woche gefragt wird, ob man schon im OP stand. Ja. Also, da ist dann so ein bisschen, dass man denkt, ey, ich bin jetzt seit vier Monaten hier. Ja, das ist so uncool, das verstehe ich überhaupt. Ich stand schon mal im OP, ja. Ja, das ist halt dann, das kann ich verstehen. Ja. Das ist dann nicht ganz, ja, naja, wie auch immer. Ich hatte auch mal die Situation noch mal ganz kurz, um das Thema dann abzuschließen. Da ging es dann halt auch darum, da war die Kacke halt auch am Dampfen, in Anführungsstrichen, und da lief es halt wirklich nicht gut. Und dann kam dann halt auch einfach mal so ein, ja, jetzt mal richtig halten. Und ich hab die ganze Zeit gehalten, ich hab mich nicht richtig gehalten, so, ne. Aber es kommt dann einfach eher dies von, das war auch gar nicht so gemeint von, du hältst die ganze Zeit schlecht, sondern ich mach jetzt das, ne, jetzt mal richtig halten, so. Ja, kenn ich voll, ja. So, aber das kann man halt immer in zwei Dingen dann auffassen, so. Und man kann es halt entweder so oder so verstehen, ne. Da muss man einfach, einfach als Tipp an euch, versucht die Situation noch mal anders zu bewähren, dann, ja. Ja, genau, super Beispiel, super Beispiel, dieses, vielleicht hätten andere das im Nachhinein, ich hatte genau das Gleiche, so, zieh mal richtig. So, und ich hab dann auch gemerkt, ja gut, ich war ein bisschen zaghaft, weil ich das so einfach nicht häufig gemacht habe, und ich dachte so, ich kann ja jetzt hier nicht einfach so richtig dran, richtig feste dran ziehen, so, aber es muss halt, dann wurde halt meine Hand genommen, ein bisschen weiter nach hinten gedrückt, so, dass ich halt richtig Zug drauf hatte, und man hat gesagt, so halten. So, und das war auch dann halt mit einem, ja, mit einer klaren Ansage, aber das hab ich auch überhaupt jetzt nicht gegen mich verstanden, aber andere, könnte sein, dass die das irgendwie dann vielleicht persönlich nehmen, hab ich null so verstanden, so, das war einfach nur so, jetzt weißt du, was ich mein, mit, zieh mal richtig. Auch eine andere Situation, ey, das war, hast du mal, warst du bei einer Knietab, warst du nicht dabei, ne? Ich hab schon mal eine gesehen, doch, also ich war jetzt nicht im Tatsal dabei, aber ich hab eine Knietab vorher schon mal gesehen, ja. Okay, war auch dann zementiert, weil da musst du ja dann hinterher, also zumindest haben die das immer gemacht, dass die dann halt angezogen haben am Bein, bis der Zement hart ist. Ja, ich hab das schon mal, also ich hab das jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich, das dauert halt eine Zeit, ne? Genau, das dauert ja irgendwie so seine 10 Minuten oder was, bis der Zement hart ist, und jemand, ja, jemand muss dann gut am Bein ziehen für 10 Minuten, das ist anstrengend, sag ich dir, 10 Minuten Zuchter auf das Bein bekommen. Das hat dir dieser jemand erzählt, ne? Ja, ja, das hab ich von einem Freund gehört, dass man da durchaus anfängt zu schwitzen unter seiner Bleischürze. Wie oft muss man denn dann das so machen, wenn man im Piotet-Tal ist, also wie oft hat dieser jemand das denn so gemacht? Boah, dieser jemand hat das schon einige Male gemacht, und es ist nicht leichter geworden, äh, da kann man auch, dieser jemand macht zwar auch ein bisschen Sport, aber dieser jemand war diese Belastung nicht gewohnt. Und dann wirst du auch, ich sag mal, so Minute 5, 6 wurde dieser jemand auch schwächer. Und dann hieß es auch, jetzt, nee, du musst jetzt richtig weiter dran ziehen. Naja. Das ist so ein bisschen wie wenn eingewaschen wird, ne? Oder abgedeckt wird und man das Bein so hoch hält, und dann aber auch nur so mit einer Hand gefühlt, das kann auch richtig ansehen. Das ist schlimm, das ist schlimm. Oder was ich auch letztens hatte, da dachte ich so, was bin ich ja nicht für ein Lappen. Da war ich eingewaschen, und du hältst ja auch die Arme so ein bisschen, spreitst ja quasi vom Körper ja auch so ein bisschen ab. Und man ist natürlich das letzte Glied der Nahrungskette in dem Fall, und das bedeutet, es wird erst abgewaschen, es wird erst der Patient abgedeckt und so, oder manchmal, manchmal wird man damit auch integriert, manchmal steht man einfach in der Ecke, bis alles fertig ist, und dann wird man eingekleidet und fertig. Und das hatte ich letztens, dass ich da einfach in der Ecke stand, die ganze Zeit, weiß nicht, zehn Minuten oder so, die Arme so abgedeckt, das wird auch irgendwann anstrengend in den Schultern. Also es wird immer richtig schwer, da fallen dir die Arme irgendwann runter, du denkst dir auch so, boah, wenn ich jetzt die Arme runternehme, dann kann ich mich nochmal von vorne einwaschen, und das ist richtig peinlich, wenn ich sage, ups, ich muss mich wieder einwaschen gehen. Ja. Ist mir zu gut passiert. Kann man so stehen lassen. Ich habe eben noch eine weitere Frage gesehen, und zwar, oh Gott, was war denn jetzt die Frage, jetzt hast du wieder nochmal erzählt dazwischen, warte mal, ich muss nochmal nachlesen, bin ein bisschen, nö, achso, genau, jetzt habe ich es wieder, da war die Frage so ein bisschen jetzt mal abgekürzt, ob man sich vom OP drucken kann, vielleicht an der Stelle mal kurz, ich denke, bei dir wäre es nicht gegangen, bei mir wäre es auch nicht gegangen, aber es gibt, so habe ich das schon mal gehört, schon Krankenhäuser oder Pjot-Stellen, wo es schon möglich ist, ich sage mal, den OP-Gang größtenteilig zu umgehen. Also ich glaube, komplett drumherum kommst du, glaube ich, nicht, aber ich glaube, man kann das auf ein kleinstes reduzieren, wenn man das will, dafür würde ich einfach Pjot-Berichte durchlesen und gucken, dass ihr da die Erfahrung dann seht, wenn ihr das wirklich gar nicht wollt. Mein Tipp, das ist aber jetzt natürlich einfach gesagt, wenn man das Ganze durch hat, ist, ich würde es nicht umgehen, ich würde es trotzdem einfach mitnehmen, auch wenn es erstmal nicht so geil ist, klar, wenn es, muss man natürlich auch immer dazu sagen, man weiß ja nie, welche Person das ist, vielleicht auch nochmal eine Anlehnung an die letzte Folge gleich, man weiß nie, was für eine Person das ist, wenn ihr irgendwie das nicht sehen könnt, wenn ihr nicht lange stehen könnt und dann umkippt oder so, natürlich dann nicht, aber ich sage mal, wenn es rein darum geht, dass man da keinen Bock drauf hat, würde ich es mir zumindest zweimal überlegen, weil ich glaube, die Erfahrung lohnt sich trotzdem, glaube ich schon, ja. Bin ich bei dir, ja, drücken vor mir, bei mir wäre es auf jeden Fall nicht gegangen, Pjot-Berichte lesen, das ist generell das A und O, informiert euch vorher, was das für Kliniken sind. Aber dazu machen wir nochmal eine Folge. Ja, auf jeden Fall. Inder- und Chirurgie ist so ein bisschen schwierig manchmal, da muss man auch nehmen, was man bekommt. Ich sehe die Frage gerade hier so, zeitliches Verhältnis von Stationsarbeit zur Assistenz im OP, wenn das jetzt auf mich bezogen ist, die Frage, ganz unterschiedlich. Es gab Tage, da stand ich von morgens bis dann, bis ich Feierabend hatte, stand ich im OP. So, dann ging es irgendwie halb neun, fing die erste OP an und um, ja, drei Uhr war es dann durch, so, oder vielleicht auch mal später. Gab aber auch Tage, mehrere Tage hintereinander, wo ich gar nicht im OP stand. Nochmal kurz an die letzte Folge, was ich ja eben kurz angebrochen hatte, bei der Sache, wo es um das Pinkeln geht, kurz, also einwaschen, wir hatten die Situation beschrieben, da war jemand, der sich eingewaschen hatte und da waren alle quasi ready für den Schnitt und dann meinte der Pjotler halt, yo, oder die Pjotlerin in dem Fall, keine Ahnung, was es jetzt war, ja, ich muss jetzt noch mal auf Klo und dann durfte der oder sie halt eben direkt abtreten und durfte dann auch nicht wiederkommen, wo wir meinten, ist halt auch schon ziemlich lost, sich erst einzuwaschen und dann zu sagen, ich muss mal auf die Toilette. Natürlich, ihr habt natürlich vollkommen recht, das haben wir in den Kommentaren bekommen, weißt du nie, was es für ein Mensch ist, ob das jemand ist mit chronisch rezidivierenden Harnwegsinfekten oder ob es möglicherweise eine weibliche Person mit Menstruation in dem Fall ist, das können wir natürlich nicht einschätzen. Wir sind jetzt mal, ich sag mal, vom Otto-Normal-Larifal ausgegangen, das war irgendein verplanter Kerl, der dann plötzlich gemerkt hat, dass er doch pinkeln muss. Aber ihr habt natürlich recht, bei Einzelfällen, wie eben beschrieben, geht das natürlich nicht. Ja, eine Frage hier, ist es wirklich so schlimm, wie man sagt, beziehungsweise hört, sind Ärzte, Ärztinnen und Schwestern super unfreundlich und Pflegepersonal super unfreundlich? Kann ich nicht bestätigen. Nee, kann ich auch nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil, ich hatte stimmungsmäßig, ich habe viel gelacht, sehr viel gelacht. Ich muss sagen, ich hatte das gesamte Pj über sehr, sehr gute Stimmung und Atmosphären, gerade auch mit der Pflege, egal ob es Anästhesie, Innere oder Chirurgie war. Und trotzdem muss ich sagen, war es bei der Chirurgie mit Abstand noch mal besser. Also ich habe da wirklich, was das angeht, wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ja. Würde ich auch, ich überlege gerade, wie das so, in der Pädiatrie ist es halt ganz anders. So in der Pädiatrie bist du super freundliche Menschen, ja, super herzliche Menschen, aber es ist so ein bisschen vorsichtiger, sagen wir es mal so. Das Klischee stimmt halt, dass Chirurginnen und Chirurgen halt auch platt irgendwelche Dinge einfach rauspfeffern. So, aber das ist auch meine Art so ein bisschen, also nicht schlecht gemeint, sondern ich mag das, welche Bereiche ich durchlaufen habe. Gut, das habe ich ja jetzt eigentlich schon erzählt, was es so war. Ich hatte irgendwie noch eine Frage letztens, die fand ich echt ganz gut. Ich sehe die jetzt gerade nicht, aber da wurde gefragt, ob wir, also das kannst du ja für dich auch mal beantworten, hättest du Chirurgie gemacht, wenn es nicht verpflichtend gewesen wäre. Angenommen, es würde keine Pflichtheitszahle geben. Dann hätte ich auch noch gestellt, die Frage, ja. Ich finde die gut, die Frage. Ich finde die Frage auch sehr gut. Und wenn ich mal anfangen soll, ich würde sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, aber jetzt, wo ich es getan habe oder gemacht hatte, würde ich es bereuen. Wirklich, Copy-Paste, kann ich so übernehmen? Ja, Lukas, wie, ich weiß nicht. Irgendwie sind wir Brother von Minasamasa, ne? So ist das. Was darf man im OP machen? Ist total unterschiedlich, kommt total auf die Operatörinnen und Operatör an. Ganz unterschiedlich. Von bis. Ist im Grunde alles möglich. Von gar nichts und am besten sagst du auch nichts. Ja. Bis zu, ja. Hast du Bock mal zu bohren? Wo willst du bohren? Hier ist der Bohrer. Bisschen zu schneiden, bisschen zu was auch immer, ne? Ja. Ja, ist sehr unterschiedlich. Gab es da noch mehr? Ja, also jetzt noch so, wie geht man mit Schwummerigkeit umkippen um? Bist du mal, hattest du das Problem mal, dass dir irgendwie schlecht geworden ist im OP? Hatte ich tatsächlich einfach noch nie. Ich hatte mal höchstens dieses Gefühl von, boah, ich habe hart Hunger, mir wird so flau im Magen, aber nie, dass das, ich sag mal so, sich richtig auf den Kreislauf ausgewirkt hat. Das hatte ich einfach noch nie. Hatte ich einfach Glück, muss ich sagen, dass ich das nicht habe. Ich hatte das auch noch nicht, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich hatte eine, doch, ich war bei einer OP dabei, das war eine, das war eine Amputation und das hatte ich, also da war ich nicht mit eingewaschen. Da, also mir ist es nicht schlecht geworden oder so, aber da dachte ich so, boah, das irgendwie, das ist das erste Mal, dass ich irgendwas nicht so gut sehen kann. Ja, okay, krass. Und ich weiß, kann ich richtig sagen, warum, weil ich habe üble Sachen oder viel auch da gesehen, sehr viel, ja, wo andere sagen würden, da könnte einem schon übel werden, da habe ich gar keinen Stress mit, aber das war irgendwie so ein bisschen, boah, das muss jetzt vielleicht gerade nicht sein. Was wurde dann nochmal abgenommen? C. Nur ein C? Ja, C ist doch gar kein Stress. Ja, an sich auch, dachte ich auch. Also, C habe ich auch ein paar gesehen, für gar keinen Stress. Oh, nee, das, äh, nee. Ich habe sogar mal im Blockpraktikum, damals, in der Gefäßchirurgie sogar, bei einer Amputation assistiert richtig, da durfte ich auch mal so ein bisschen abknipsen. Oh, und? Das ging? Das ging, ich fand es jetzt nicht so schlimm, also nicht so egetisch. Also, das Witzige ist ja aber auch irgendwie, man würde es ja auch machen, auch wenn ich jetzt sage, weißt nicht, so und auch, wenn ihr da draußen jetzt vielleicht zuhört und denkt sich, boah, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, ich weiß nicht, ob ich, fängt ja beim Nähen an, also ich hatte auch am Anfang Hemmungen davor, dass man dann irgendwie nähen darf im OP. Wenn man dann in der Situation ist, macht man das halt einfach, ne? Und dann sagt halt auch niemand was. Genau, also als ich da bohren durfte, hier ist jetzt auch so hier ein Top-Moment beispielsweise, das war natürlich das Bohren. So, ich hatte dann da, als der Chef dann meinte, ja, von wo wollen Sie bohren? Und ich sage, wie, ich? So, ja, ja, von wie, von welcher Seite? So, kommen Sie rum um den, und ich sage, ja, dann von Ihrer Seite, dann bin ich da rum um den Tisch. Und dann hat er so gesagt, ja, okay, wo willst du jetzt halt hier bohren? Und dann hat er mir das ein bisschen erklärt. Natürlich hat er ja jetzt nicht gesagt, komm, boh einfach irgendwo. Das war natürlich so ein Moment, wo man extrem Schiss hatte, wo ich dachte so, das kann ich nicht. Und wenn mir das vor der OP jemand gesagt hätte, Lukas, geh da mit rein, du kannst da bohren, die Jungen, da hätte ich wahrscheinlich schon, das Arschwasser wäre mir das Bein runtergelaufen, weil ich so Schiss gehabt hätte. Aber man hat das dann gemacht und im Nachhinein ist man ja auch super, also ganz ehrlich, das war natürlich dann ein Top-Moment, weil ich da super stolz drauf dann war in der Röntgenkontrolle, da diesen Pinder zu sehen, den ich da reingeschraubt habe, von diesem Fixateur. Da kriegt man so ein bisschen so dieses Gefühl, wie sich die Leute fühlen, so Assistenzärztinnen, wenn sie wirklich mal was allein gemacht haben. Ja. Ich werde mich an einer Stelle, also an einem Moment meines Lebens, den werde ich nie vergessen. Ich weiß nicht wieso. Ich war noch in der Ausbildung, ich war auf einer chirurgischen Station und es kam irgendwann ein Assistenzarzt war es damals, da wusste ich noch nicht mal genau, was Assistenzärzte sind, lol. Der kam reingerannt und hat einen Freundensprung gemacht, der hat ein sehr gutes Verhältnis zur Pflege und hat gesagt, ich durfte heute alleine anfangen aufzumachen. So, ich habe heute einen Schnitt gemacht und habe so ein bisschen vorpräpariert und dann kam erst der, in Anführungsstrichen, richtige Operateur. Und der hat sich so krass darüber gefreut und ich dachte mir so, krass, also ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich hätte es nicht verstanden, aber ich dachte so, hey, du bist doch Arzt, so quasi, weißt du, was ich meine? Ich fand so, natürlich machst du das so, ne? Und jetzt merkt man selber so, das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man da ein bisschen was mitgemacht hat, ne? Irgendwie, weiß nicht. Ja. Ja, das ist halt auch so ein bisschen, man hat zwar in der Situation Muffensausen, so, aber das ist dann so im Nachhinein, wenn man merkt, boah, ich habe das jetzt irgendwie gemeistert, die Situation, das ist irgendwie ein krasses Gefühl. Und dann schnappt einem aber ganz schnell wieder so diese Realität, dass man sich so denkt, ja, und wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann hat er mir aber auch genau gesagt, wohin, genau gesagt, wie doll, genau gesagt, wie ich es halten soll, vielleicht hinten noch einmal korrigiert und dann gesagt, jetzt, boah, natürlich fängt so jeder an, ne? Aber denkt man sich, und dann bin ich ganz schnell wieder so, ja, und eigentlich war es dann ja, wenn man das mal so runterbricht, doch gar nicht mehr so krass, weißt du? Obwohl es sich so anfühlt, ne? Total, total, aber da schließt sich so wieder der Kreis zu dem Punkt, den wir vorhin hatten mit der Verantwortung, wenn man selber derjenige ist, der die Verantwortung hat. Wenn man selber schon sieht, obwohl man in der Situation ja keine Verantwortung hatte, hat man ja schon so dieses, auch dieses Gefühl von, boah, fuck, jetzt nichts verkacken hier, ja, wie das dann halt sein muss, wenn du der bist, der für diese gesamte Operation zuständig ist. Genau, du musst ja immer quasi selbst entscheiden, ich mach das jetzt da, ich mach das jetzt so. Und seien wir mal ganz ehrlich, in Holz oder so, baust du halt 75.000 Mal um halt im Zweifel, wenn du irgendwie was verkackst, so. Ja. Klar, da kannst du auch nochmal umjustieren, aber das ist ja, das ist ja also nochmal eine ganz andere, ne? Weißt du, wo ich mich, du kannst gerne gleich noch eine Frage stellen, aber vielleicht ist das random von mir, aber weißt du, was ich ganz oft hab, was ich eigentlich fast am schwierigsten und mit am beeindruckendsten finde, ich finde fast den richtigen Schnitt zu setzen, dass du am Anfang so lagerst und dann den Schnitt so weit machst, dass du sagst, ich bin nicht zu tief, nicht zu, also jetzt nicht tief im Sinne von tief ins Gewebe, sondern irgendwie Richtung Kaudal oder Kranial und genau richtig lang, weil länger kannst du ihn machen, aber du willst ihn ja auch nicht zu lang machen und so. Ich weiß nicht, das finde ich so krass, dass sie dann genau dahin kommen, wo sie hinwollen. Ja, das stimmt. Finde ich schon irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ja. Ich glaube, dann ist im Zweifel eher lieber ein bisschen weniger aufschneiden und nochmal ein bisschen nachpräparieren. Klar, natürlich, aber... Aber du hast schon recht. Ich weiß nicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da ist auch so ein Ding so, wenn man dann halt wirklich mal irgendwo reinschneiden würde, den Moment stelle ich mir auch, also klar, man hat das jetzt hunderttausend Mal gesehen, aber dann halt wirklich einfach da reinzuschneiden. Geschnitten habe ich schon mal, aber... Das ist nice. Ja, aber ich habe halt jetzt nicht so, nur so ganz... Also, weißt du, du machst ja erst mal so ganz, ganz oberflächlich. Ja, ja. Dann habe ich auch wieder abgegeben. Ja, aber trotzdem. Aber es ist ja dann wieder auch ein anderes Gefühl, weißt du, du hast dann dann trotzdem das Skalpell in der Hand. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ansonsten hast du ja nur, häufig nur Haken in der Hand. Ja, das stimmt. Ja, ist schon... Würdest du denn mal vielleicht als Abschlussfrage, das habe ich jetzt auf Instagram gesehen, könntest du dir denn jetzt nach deinem Tertial zumindest ein teilchirurgisches Fach vorstellen? Ja, schon. Ja, ja, ja. Also, ich muss schon sagen, deswegen bin ich da auch froh, dass man dieses Tertial jetzt dann verpflichtend gemacht hat, weil es hat sich schon viel, hat sich schon verändert von meinem Bild von der Chirurgie. Also, erst mal dieses, der große Punkt, Hemmungen vor dem OP, das hatten wir, glaube ich, beide. Obwohl wir beide vorher nie schlechte Erfahrungen hatten. So, aber die Hemmung habe ich total verloren. So, also, das habe ich überhaupt nicht mehr. Ich habe, ja, ich habe dieses, also, ich war gerne im OP. So, das hat dir wie, das hat dir wie Bock gemacht, da im OP zu sein. Genau, es ist nicht nur dieses, es ist nicht schlimm, sondern man hat gelernt, das kann richtig Spaß machen, ne? Genau, genau. Und das war irgendwie alles, alles geiler als auf Station. So, das war, ich war deswegen, ich war immer lieber im OP, auch wenn ich nur Haken halten konnte, als auf Station zu sein. Ich meine, das habe ich auch gerne, also, ich habe da auch gerne mal Blut abgenommen und so, ne? Alles, alles kein Thema, aber im OP war es dann doch irgendwie, war, war dann meistens zumindest, ne? Kommt natürlich immer aufs Team an, aber meistens halt dann doch irgendwie cooler. Ich habe trotzdem, das sage ich auch, großen Respekt davor, so, nämlich genau vor diesem, ich sage mal, diesem Prozess, den man durchmacht. Man wird ja nicht von jetzt auf gleich dann irgendwie verantwortlich sein für bestimmte Operationen. Trotzdem habe ich Schiss vor diesem Prozess des, ja, ich sage, operieren lernt, so, ne? Also, da habe ich, also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache Safe-Chirurgie oder einen teilchirurgischen Bereich, aber spielt natürlich so im Kopf jetzt auch durchaus eine Rolle, weil sich da das Bild einfach echt verändert hat. Ne, man muss ja immer noch andere Dinge berücksichtigen, wie es dann, so die Arbeitszeitbelastung, die ist hoch, so, das Verurteil stimmt halt dann durchaus auch, ja? Und auch die, die Arbeit selbst ist körperlich anstrengend. So, das sind halt viele Faktoren, die man da halt berücksichtigen müsste, aber jetzt mal so, jetzt so tendenziell, weiß ich nicht, ist das schon irgendwie so eine Sache, wo ich sage, ja, so ein bisschen operieren? Du bist eine Urologie vielleicht? Ja, so ein bisschen Urologie vielleicht, mal gucken, weiß ich, weiß ich jetzt nicht so, habe ich tatsächlich viel Gedanken darüber gemacht die letzte Zeit, ob ich, ob Urologie nicht, Uro nicht passen würde. Naja, ich sage mal, du hast ein teilchirurgisches Fach, was, ne, du hast die Leute von dem, was man so mitbekommen hat, auch von der Atmosphäre, scheint irgendwie passend zu sein und, ja, inhaltlich weiß ich jetzt nicht, aber. Das ist der große Punkt, ne? Aber ich weiß halt auch einfach nicht, ob das, um ganz ehrlich zu sein, nicht sogar mittlerweile der irrelevanteste Teil von allem ist. Witzig, dass du das sagst, wir haben uns mal in dem, das war das geilste Gespräch, was das gesamte Testtial hatte, haben wir uns mit einem Geriata unterhalten, in der Mittagspause. Wir Pjot-Studierenden und der Geriata hat sich dazugesetzt, so ein Mitte 40, Anfang 40-jähriger Typ, Mitte 40, keine Ahnung, super lustig, super entspannt und der hat genau das gleiche gesagt, was du gerade gesagt hast. Der meinte so, ja, jetzt, ne, macht nicht den Fehler und sucht euch das raus, was euch am meisten gefällt, ja, weil, ne, ist dann Arbeitszeitbelastung und so, das ist dann, ne, alle entscheiden sich dann irgendwie halt für Chirurgie, Kardiologie, das, was einem halt irgendwie so interessiert, aber in zehn Jahren juckt euch das eh nicht mehr. So in zehn Jahren wollt ihr entspannt zur Arbeit gehen, ne, da ist das inhaltlich, ist euch das eigentlich irgendwie so ein bisschen wurscht, er hat das sehr humorvoll verpackt, ne, das war sehr witzig, das war jetzt natürlich, hat er jetzt nicht gesagt, wenn ihr jetzt Bock auf Chirurgie habt, dann macht die Chirurgie so. Ja, ne, klar, natürlich. War sehr, sehr humorvoll einfach, wie ihr das gesagt habt, er meinte wirklich genauso, ey, so in zehn Jahren, euch, euch ist das jetzt relativ egal, oder ist euch ist das dann relativ egal, was ist, was ist inhaltlich, was ist genau, um 40. Man muss zumindest, ja, man muss halt einfach gerne zur Arbeit gehen und ich glaube, das hängt einfach, also mir ging es gar nicht mehr darum, ob es jetzt egal ist, aber ich glaube, der entscheidende Punkt, ob du gerne gehst, ist, ob du mit den Leuten gut klarkommst und ob du das, was du wirklich so machst, ne, zum Beispiel war mein Gefühl auch, dass mir die Unfallchirurgie irgendwie thematisch interessanter war als die Viszeralchirurgie, aber wenn du dann im OP stehst, bei einer Hämicolektomie, hat die auch Bock gemacht, also weißt du, ich meine, am Ende ist es egal, glaube ich, es ist halt einfach, die hat aber halt aus dem Grund Bock gemacht, weil ich wieder zwei sehr nette Operateure hatte, die mir sehr viel gezeigt und mich auch machen lassen haben, wieder, weißt du, und ich glaube, das ist das, worauf es ankommt und der Rest wird sich fügen, wir haben uns ja beide jetzt mittlerweile schon sehr krass davon gelöst, sich dann den Druck zu machen, ne, und einfach auf sich zukommen zu lassen. Genau, man kann ja auch, wie wir es jetzt schon echt häufiger gesagt haben, erstmal was machen, was anfangen, und dann sich immer noch umentscheiden, theoretisch. Das kann man theoretisch machen, ja, absolut. Ja. Ach, Luki, damit haben wir doch eigentlich die Stunde genau voll gemacht und sind doch, ja, würde ich sagen, erstmal gut bedient, oder? Wir können auch die nächsten Wochen immer noch weiter darüber sprechen, ne? Klar, wenn sich das anbietet, haben wir jetzt die Fragen ganz gut, die ganz gute Fragen mit rausgenommen. Wenn da nochmal Fragen sind, natürlich so zum Ende der Folge sagen wir dann immer gerne, könnt ihr uns natürlich noch schreiben, ne, einfach auf Spotify, auf Instagram, wo auch immer ihr das gerne möchtet, nachdem ihr dann in unsere Hamlet-Reihe reingesehen habt. Und, äh, ich hab gesehen, gerade live in der Folge hat sich jemand wieder ne Tasse gegönnt. Uh! Also, viele Tassen, die momentan rausgehen. Das stimmt jetzt so. Da braucht der eine oder andere noch so ein Weihnachtsgeschenk. Ja, uh, kommt immer gut. So, für die Liebste oder den Liebsten. Für die Liebste oder den Liebsten, ja, oder auch beides. Ja. Na gut, äh, ja, das war's von mir. Ich verabschiede mich und freue mich auf nächste Woche, Lukas. Ich freue mich auch und, äh, ich freue mich auch, wenn wir uns dann demnächst nochmal wiedersehen. Und damit schließe ich den Podcast. Ciao!